Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Marc von Unspirat und Whiskala. Ich freue mich wirklich riesig auf den kommenden Freitag, auf den 12.03.2021, denn da werde ich bei Patrick Rust zu Gast sein. Patrick ist euch vielleicht noch bekannt aus den Battles von The Voice of Germany, wo er mit seiner Hammerstimme und seiner Gitarre überzeugen konnte, im Keith Urban Style. Und ja, Patrick hat sich ein neues Format ausgedacht, das als Livestream ins Internet kommt, The Wasted Time Sessions. Und dort wird er immer wieder Musikerkolleginnen und Kollegen begrüßen, interviewen und zusammen mit ihnen Musik machen. Es wird natürlich sehr viel über Musik gesprochen, aber vielleicht auch über das eine oder andere Private. Und ja, wir werden auf jeden Fall zusammen Musik machen und es wird auch bestimmt was Neues zu hören geben, von mir zumindest, von Patrick ganz sicher auch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr am kommenden Freitag reinschaltet. Ab 19 Uhr geht's los und in den Kommentaren findet ihr die Links auf YouTube und Twitch wird das Ganze zu empfangen sein. Und ja, seid einfach dabei. Wir freuen uns riesig auf euch. Bis dann. Ciao.